Ich hoffe, du hast einen Plan, Clive, denn falls nicht, sind wir geliefert. Los! Der verdammter Wolf! Der verdammter Wolf! Korgel! Ja, kannst du stehen? Komm schon, Lord Rossfield! Ich hab dir doch nicht etwa den Appetit verdauben! Schluss damit! Ja? Es wird Zeit, den nächsten Gang aufzutischen! Mal sehen, wie er dir schmeckt! Hier, Jill! Danke, Gaff! Haltet durch! Wir kommen hier raus! Und Torgel? Danke! Wuhu! Kurs! Okay, er ist auf dem Kettchen. Ich zähle auf dem Fall. Auch mal, wo kommen Sie jetzt auf einmal her? Tür, hältst du noch durch, Jungs? Ich versuch's! Sie gehören dir! Schnapp dich! Jetzt, Torgal! Da, Torgal! Ihr seid ja immer noch nicht tot! Wunderbar! Dann gehört Lord Kuckers Belohnung, also was? Vielleicht, die Hütten sehen nach Ärger aus! Schaffen wir auch noch! Schnapp dich! Geh drüben! Zu langsam! Daneben! Geh drüben! Geh drüben! Da, Torgal! Jetzt, Torgal! Detakt auf uns! Geh drüben! Geh drüben! Da, Torgal! Geh drüben! Keh drüben! Das war's für heute. Und bring es zu Ende, ja? Geh. Wenn noch mehr kommen, halten wir sie auf. In Ordnung. Seid vorsichtig. Ich verspreche dir, Sid. Du kommst spät. Probleme gehabt? Keine, die nicht lösbar gewesen sind. Das freut mich. Und nun bist du hier, um diesen Thron zu verteidigen, Lord Rosfield? Das Großherzogtum Rosaria. Ein Reich ohne Herrscher. Ohne Armee. Sogar ohne Volk. Ein buchstäbliches Reich aus Staub. Ein Thron? Brüchiger Stuhl, sollte ich sagen. Nein! Schluss mit den Spielchen, Kupka. Was zur Hölle willst du? Sitzkopf auf einem Tablett. Stell dir meine Enttäuschung vor, als ich erfahren habe, dass ich ihn nicht töten kann. Und meine Erleichterung, als du seinen verfluchten Namen angenommen hast. Dieses Monster hat Benedikta ermordet und ihre Leiche geschändet. Wer sein verfluchtes Erbe antritt, wird auch für seine Verbrechen büßen. Die einzigen Verbrechen, für die ich büße, sind meine. Sitz war derjenige, der versucht hat, sie zu retten. Aber dafür war es schon längst zu spät. Also habe ich es zu Ende gebracht. Ich habe sie getötet, Hugo. Du hast... Du... Du hast sie getötet? Richtig. Eine Fügung des Schicksals. Ich habe höchstens noch darauf gehofft, auch ihm einen geliebten Menschen zu nehmen. Ihm das Gleiche anzutun. Doch es ist... noch so viel mehr. Wahre Rache wurde mir gewährt. Wir hatten einen Traum. Ich würde zum König der Welt. Sie, meine Königin, und zusammen würden wir herrschen wie wahre Götter. Du hast diesen Traum zerstört. Also in jetzt. Hör her, Ratschiert! Du wirst bösen, und zwar mit dem Tod. Ich heiße dich in zwei, mit meinen bloßen Händen! Und was denkst du? Wie viele du getötet hast? Wie viele Träume hast du ausgelöscht? Du bist nicht der Einzige, dessen ganze Feld in die Brüche gegangen ist! Du kriegst kein Mitleid von mir, Kupka. Kein Mitleid! Und keine Gnade! Jetzt sterben! Hier und jetzt! Erfährst du? Was denen geschehen ist, hat man mich zu stören! Hör her! Ich werde dich treiben! Ja! Ver Arizona! Damenized. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich werde dich ausradieren, Rossfield. Mein Hass für dich ist uferlos, unerbittlich. Dieses Schloss wird dein Gehörn. Was? Verdammt. Verdammt. Das Schicksal hat entschieden. Ich bin in meinem Element. Es geht ein, Kommen. Ich bin in meinem Element. Wie er die ist, dann bleibt mein Element. Sein Todeskreifer! Dann eben. Ich bin in meinem Element. Ja? Oh, 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 oh. Was ist das? 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 Meine Hände! Meine Hände! Sei verflucht! Ich täte dich! Ich täte dich! Ich täte dich! Ich täte dich! Ich werde dich täten! Ich täte dich! Ich täte dich! Ich täte dich! Ich täte dich! Ich täte dich!